Werden zwei lange Minuten für Merzat Amarashi, falls das Handtuch nicht rechtzeitig gefluchten kommt. Ja, ich denke doch, das wird jetzt die letzte Runde sein und wird nochmal ein kleines Aufbegehren sein. Aber die Hände sind schon zu klar, also da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Ich hab's ja gesagt, Aminati zieht jetzt von Runde zu Runde an, erhöhtes Tempo. Schnell auf den Beinen, geht nach vorne, schlägt, geht aus dem Gegner wieder raus. Alles viel zu kompliziert für Merzat Amarashi. Naja, jetzt reicht er so. Jetzt hofft er natürlich, dass da gleich mal das Handtuch geflogen kommt. Das wird er angezählt von Langos. Bisschen versuchst du noch. Gut. Box! Ja, das ist schon jetzt ein bisschen eine Bestrafung, also von der Seite her. Er wartet im Prinzip schon, dass da jetzt die Ecke sagt, okay, das reicht. Weil die tun jetzt richtig weh die Hände. Also von der Seite her, man müsste jetzt nicht übertreiben. Ja, ja, da kommt der Handtuch. Ich denke auch zu Recht. Ja, ja.